Es ist halb zehn abends. Pool ist easy. 27 Grad, vielleicht auch jetzt nur noch 25 Grad. Unsere neue Beleuchtung ist da. Links der Kaktus, gerade heute gekommen. Rechts ist unser Buddha, aber wir sind nicht buddhistisch, sondern wir finden das Gesicht einfach gut. Das sind unsere kleinen zwei Palmen. Die zwei, die zusammengehören. Für immer und ewig. Ganz gleich, wenn es ein bisschen dunkler wird, zeige ich euch die andere Seite hier von dem Garten.